Musik Ding Dong, da klingelt heute Morgen der Briefträger Beziehungsweise Paketmann Und was hat er da in der Tasche? Mein Paket von Bierpau So Und da sind sie, die neuen Schätzis Strötel hat bei der Bestellung vergessen Die Federsicherung nachzubestellen Also extra zu bestellen Das habe ich heute Morgen schnell nachgemacht Panzertape Das geht relativ gut Ich hoffe, das hält noch Muss man den mal austesten Ich freue mich schon auf den Test mit dem ersten Schießen Ein kleiner Tipp an den Versand Wenn ihr die Teile schon reinlegt Wäre es ganz praktisch, die auch zu benutzen Denn die lagen locker hier drinnen rum Meine Pfeile sind kreuz und quer durch den Karton geflogen Das ist jetzt nicht böse gemeint Aber Macht keinen so schönen Eindruck Also nicht böse sein Ich meine es wirklich nicht gemein Oder so Aber Das ist Müll Das gibt es auch aus so einem Kunststoff Da funktioniert das prima Oder einfach einen Stuckatton nehmen Und die Zweimal durchstecken Das hält bombenfest Aber das Zeugs hier Das ist Naja Nicht böse gemeint Pfeilbauer-Klasse Arbeit Wie gesagt Ich bin Ich bin gespannt drauf Aufs erste Schießen Vielleicht mache ich das jetzt sogar noch gleich Beziehungsweise eigentlich Nee Dann eher am Montag Naja Gut Okay Soweit hiervon Und Testschießen kommt Bis dann Schönes Wochenende